Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe einige Themen, die mir auf dem Herzen liegen und da ich die nicht einfach in irgendeinen Let's Play Part packen möchte, dachte ich mir, ich mache hier dieses spezielle Video dafür und los geht's! Also wer Lust hat, mit mir ins Kino zu gehen, obwohl wenn ich mich gerade so angucke, sollte ich eher zum Friseur gehen, aber vielleicht schaffe ich es ja vorher noch, der sollte sich den 27.04. mal rot einkreisen, weil dann können wir zusammen den ersten Alien-Teil und im Anschluss Alien Covenant 20 Minuten gucken. Das ist nämlich der neue Film, der da rauskommt von Alien, der kommt nämlich am 18. Mai raus und am 26.04. könnt ihr das Ganze nochmal in Hamburg mit den Rocket Beans zusammengucken. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr alles in der Videobeschreibung. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Dominik und der Film Lounge, die sind auch in der Videobeschreibung verlinkt, dass die mir die Möglichkeit geben, euch die Möglichkeit zu geben, da mit mir mitzugucken. Alter! Und es gibt sogar noch Getränke und Popcorn für jeden, worauf ich habe nichts vergessen und... Der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon gesehen, es gibt jetzt einen neuen T-Shirt-Shop von mir, also im Grunde ein bisschen Merch, den ihr kaufen könnt. Dazu gibt es dann immer noch eine Autogrammkarte und ein Poster. Ansonsten gibt es neue Motive, wie zum Beispiel das gute alte Kellerkind. Da ich ja hier im Keller arbeite, gibt es jetzt auch das Kellerkind-Shirt. Dann gibt es noch den früheren Avatar von mir. Und dann noch was komplett anderes. Meine alte Autogrammkarte wurde mal mit einer VR-Brille versehen. Und das soll ich quasi sein in meinem schönen Zelda-Shirt mit einer VR-Brille auf. Hui! Und jetzt müsste man eigentlich noch einen Haufen Haare dazu malen, dann passt das wieder. Die Teile gibt es dann auch im Set mit Autogrammkarte und Poster. Solltet ihr so etwas bestellen, dauert es ein paar Tage, weil die Autogrammkarten müssen erstmal zu mir kommen. Dann unterschreibe ich die eigenhändig und dann gehen die wieder zurück und dann noch raus an euch. Deswegen ein bisschen Geduld, aber die kommen. Ich muss echt mal zum Friseur, glaube ich. Ja, des Weiteren schaltet unbedingt morgen Abend um 19 Uhr den Livestream ein. Da gibt es einmal eine Maus zu gewinnen. Und wenn alles glatt geht, noch eine Nintendo Switch, weil die ist wahrscheinlich noch über, weil der Gewinn hat die immer noch nicht gemeldet. Und dann werde ich das an alle vorhandenen Subscriber verlosen. Wie ihr umsonst subscriben könnt, werde ich dann nochmal im Stream erwähnen. Also ihr müsst im Grunde kein Geld ausgeben, um damit zu machen. Ihr könnt alles kostenfrei euch anmelden und mitmachen. So, wir sind am Ende angelangt. Falls euch dieses ultra geile Informationsvideo gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, dann mache ich sowas mal richtig oft. Ein Quatsch. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder sogar im Kino bei Alien. Freue ich mich drauf. Haut rein. Tschüss.